Ähnlich wie der Oktober wird jetzt auch der November von den Langfristmodellen immer kälter berechnet. Und das bedeutet, die Chancen auf einen eher durchschnittlichen Monat, der auch etwas Schnee dabei hat, die steigen enorm an. Blicken wir zwei Wochen zurück. Da wurde der November bei der Temperatur folgendermaßen berechnet. Wir haben mit den roten und orangenen Flächen ein deutliches Plus über weite Teile von Mitteleuropa. Jetzt aktuell sieht es ganz anders aus. Wir haben meist weiße Flächen und das spricht eben für durchschnittliche Temperaturen kein großes Plus oder auch Minus. Aber auch beim Niederschlag hat sich etwas getan. Vor zwei Wochen noch deutlich zu nass. Jetzt auch hier eher durchschnittlich. Also die Langfristmodelle gehen in Richtung Durchschnitt. Aber was bedeutet durchschnittliches Novemberwetter bei uns in Deutschland? Das hier sind die Höchstwerte gemessen an den Temperaturen in den Großstädten wie Hamburg, Berlin, Köln oder auch München. Anfang November sind hier Höchstwerte normal zwischen 10 und 12 Grad. Mitte November nur noch 7 bis 9. Und Ende November kann es dann schon mit 4 bis 7 Grad ziemlich frisch tagsüber werden. Und welcher Novembermonat war der letzte eher normale November? Das war 2016. Dieser Monat war sogar leicht zu kühl im Vergleich zum Klimamittel. Da gab es schon strengen Frost von minus 10 Grad und mehr. Gleichzeitig kann es aber auch noch mal ziemlich warm werden. Mit Föhnunterstützung gab es am Alpenrand 20 Grad plus X. Gleichzeitig in diesem Monat aber besonders im Norden schon den ersten Wintereinbruch mit Schnee. Und typisch für den Herbst ist natürlich auch Nebel und Hochnebel ein Thema. Ja und wenn es dann in den Niederungen tagelang dauergrau ist, das gibt es nur mit einer stabilen Hochdrucklage. Und die wird uns von den Langfristmodellen auch vorgeschlagen. Hier Anfang November ein kräftiges Hoch über Mitteleuropa. Und wir sehen es schon an den Farben, da wäre es nicht allzu kalt bei uns. Aber Richtung Monatsmitte tut sich was. Da könnte es dann deutlich winterlicher werden. Wenn tiefer Luftdruck nordöstlich von uns liegt, wird kalte Polarluft angezapft. Dann ist natürlich auch Schnee dabei. Aber es kommt darauf an, wo das Tief liegt. Liegt das Tief nicht nordöstlich, sondern eher nordwestlich von uns, dann bekommen wir eben eher die warme Luft aus Südwesten. Auch wechselhaftes Wetter. Aber dann wäre es eben in den meisten Regionen eher Regen als Schnee. Aber spannend wird es zum Monatsende. Denn diese Lösung haben die Langfristmodelle jetzt schon etwas häufiger gehabt. Auch hier ein kräftiges Tief nördlich von uns. Und wir sehen schon an den Farben, da hat sich dann kalte Polarluft breit gemacht. Ja, und dann wäre es bei uns in Deutschland auch winterlich. Wir sehen also. Der November bringt uns jetzt gesteigerte Chancen in Sachen Schnee. Ob es alle in Deutschland trifft, das bleibt natürlich noch offen.